Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in Kobis Welt. Ihr möchtet lustige und unterhaltsame Videos mit Hunden sehen, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ich bin Aline, hinter der Kamera das ist Sascha und dieser kleine Stinker hier, das ist Kobi. Auf unserem Kanal erwarten euch hauptsächlich tolle Vlogs. Tolle Rezepte, die eure Hunde ganz bestimmt lieben werden. Lustige Hunde-Holz und noch vieles mehr. Also lasst gerne ein Abo da, so verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von uns und dann sagen wir hoffentlich bis bald.